Herzlich Willkommen auf Unbox Kings. In der heutigen Folge geht es um die Releases der aktuellen Woche. Shadow 030 Dechos EP. Nach den Alben Schwarzer Hoodie und 13439 erscheint nun eine EP von Shadow 030. Die EP wurde ursprünglich für den 15. Februar angekündigt, dann aber auf den 8. März verschoben. Die EP kommt mit 8 Tracks und beinhaltet Features von Manuelsen und Hayes. Die Dechos EP erscheint über das Label Baba City und erscheint rein digital. Finch Asozial Dorf Disco. Im April gab es Fliesentisch Romantik, seitdem ging es bei Finch steil bergauf. Nun kommt der ostdeutsche Hesselhoff mit seinem Debütalbum. Dorf Disco kommt mit 15 Tracks und beinhaltet Features von Plusmacher, Achim Petry und Big Mike. Das Release kommt über das Label Walk This Way Records und erscheint als CD und auch als Box. Sinan G. Checkpot. Nachdem Sinan G. in der letzten Zeit vor allem als Schauspieler in der Serie Dogs of Berlin in Erscheinung getreten ist, gibt es nun wieder Musik. Checkpot beinhaltet 17 Tracks. Features kommen unter anderem von Farid Bang, Dardan, Kollegah, Casey Rebel, PA Sports und Summer Jam. Das Album wird über Urban veröffentlicht und erscheint als CD und auch als Box. Rimo Smalltalk 2017 veröffentlichte Rimo sein letztes Release, alles für die Fam. Nun ist es an der Zeit für Album Nummer 3. Smalltalk kommt mit 12 Tracks und beinhaltet unter anderem Features von Nura, Manuelsen und Pay. Das Release kommt über Sony Music und erscheint als CD. AZ und Suna Super Plus Lange wurde es erwartet, nun ist es endlich soweit. AZ und Suna bringen ihr gemeinsames Kollabo-Album. Super Plus beinhaltet 14 Tracks. Features kommen von Miami Yassin, Nash und Raph Camorra. Das Album wird über KMN Gang veröffentlicht und erscheint als CD und auch als Box. User You untertreib nicht deine Rolle Im Jahr 2014 veröffentlichte User You das Album Übertreib nicht deine Rolle. Fünf Jahre später ist es an der Zeit für sein neues Machwerk mit sehr ähnlichem Titel. Untertreib nicht deine Rolle kommt mit 6 Tracks. Feature gibt es nur eines und dieses kommt von Curly. Das Album wird über User You veröffentlicht und erscheint als CD und auch als Vinyl. Eure Meinung zu den kommenden Releases würde uns natürlich interessieren. Schreibt sie uns in die Kommentare. Darüber hinaus könnt ihr auch gerne oben rechts auf die Info klicken und dafür abstimmen auf welches der Releases ihr euch am meisten freut. Alle Infos und Links zu den Alben findet ihr wie immer unter dem Video in der Videobeschreibung. Dort findet ihr dann auch die Links zu den jeweiligen Unboxings. Das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Passt auf euch auf. Ciao.